So, wir haben es geschafft, sind angekommen, hier in unserer Wohnung in Michas, das ist in der Nähe von Malaga. Hier hinter mir seht ihr die Küche, ganz dahinter ist wieder Haushaltsraum. Und wenn man hier rüber schaut, dann haben wir hier neben dem Spiegel den Esszimmerbereich mit dem Wohnzimmer. Und hier vom Wohnzimmer aus geht es dann auch direkt nach draußen. Schöner großer Balkon mit Fernblick aufs Meer, es ist ein Stück weg vom Meer, ich zeige es dir mal. Es ist hier überall in Andalusien sehr viel bebaut, hier einen großen Tisch noch dabei. Ich denke im Landesinneren, in Spanien, wir haben es ja gerade auf dem Herweg so gesehen, da ist es sehr trocken, wenig bebaut. Und deswegen hier an der Küste ist natürlich einfach sehr viel mehr. Hier auf der anderen Seite haben wir noch ein Gästezimmer, zwei Badezimmer und dann das Schlafzimmer. Das ist gestrichen, ich glaube, Ferrakotta nennt man das oder sowas. Ich zeige es dir mal. Ja, das ist hier unser Schlafzimmer. Ja, ich freue mich auf diese nächsten drei Wochen, die wir hier verbringen werden. Und einfach an dich den Wunsch, dass du auch immer wieder dein Leben so verbringst, wie es du dir erträumst, wie es dir das wünschst, wie es für dich richtig und wichtig ist. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen traumhaft schönen Tag, ein glückliches, erfülltes und natürlich finanziell freies Leben. Deine Amata Deine Amata